Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir die Apple Magic Maus zweimal besorgt und möchte gerne die mit meinem iPad Pro zusammen verbinden und schauen, was die so alles für Gesten und für Steuerungsmöglichkeiten bietet. Und das schauen wir uns heute gemeinsam im Video an. Auf geht's! So, als allererstes müsst ihr natürlich die Maus mit dem iPad verbinden. Und zwar macht ihr das unter iPad-Einstellungen. Dann geht ihr entweder auf Bluetooth, dort wird die Magic Maus 2 dann, wenn ihr den Schalter hier hinten umgelegt habt, automatisch eingeschaltet oder angezeigt. Und ihr müsst dann bloß noch draufdrücken und verbinden und dann ist das relativ schnell erledigt. Wenn das nicht funktionieren sollte, solltet ihr in die Bedienungshilfen gehen und dort geht ihr unter Schaltersteuerung und dort unter Schalter und dort Bluetooth-Geräte. Und dann sollte das dort auch funktionieren, wenn ihr hier den Schalter umlegt, solltet ihr dort das Gerät finden. Also die zwei Möglichkeiten gibt es, um das Gerät mit dem iPad Pro zu verbinden. So, wenn ihr dann mit dem Apple iPad verbunden seid mit der Maus, seht ihr diesen kleinen Punkt hier. Das ist dann quasi der Mauszeiger für euch. Und den kann man auch einstellen. Und zwar in der Bewegungsgeschwindigkeit. Ich habe das hier schon relativ schnell eingestellt. Und zwar kann man das unter Allgemein machen. Da gibt es dann, sobald ihr die Maus angeschlossen habt, hier diesen Menüpunkt Trackpad und Maus. Also auch wenn das Trackpad angeschlossen ist, erscheint dieser Menüpunkt. Und dann habt ihr hier oben die Möglichkeit, zwischen Schildkröte und Hase die Geschwindigkeit der Bewegung des Kurses zu machen. Ihr seht hier, wenn ich jetzt hin und her swipe oder scrolle, da geht es relativ langsam. Und wenn ich das hier hochziehe, dann geht das deutlich schneller mit dem Punkt von dem Mauszeiger. Das nächste, was man hier noch einstellen kann, ist natürliches Scrollen. Das heißt, ich gehe mal hier drüben drauf. Wenn ihr nach oben scrollt, wird das Menü auch nach oben geswipet quasi. Und wenn man nach unten swipet, geht auch das Menü runter. Und das kann man aber auch umdrehen. Manche mögen das halt lieber so. Das heißt, wenn ich jetzt nach oben scrolle, geht es runter. Und wenn ich nach unten swipe, geht es nach oben. Ich persönlich mag es lieber andersrum, aber das ist reine Geschmackssache. Was man hier auch noch einstellen kann, ist der Sekundarklick. Das heißt, dass ihr die rechte Maustaste mit Funktionen belegt. Das zeige ich euch mal. Das kann man zum Beispiel immer über eine App ist. Achso, das ist der nächste Punkt. Der Zeiger, sobald ihr über eine App fahrt, wird schön gefangen. Das seht ihr hier. Und dann kann man das Icon so bewegen. Und wenn man da jetzt rechten Mausklick macht, dann erscheint da so ein Pop-up-Menü. Und man kann diverse Funktionen oder irgendwelche einzelnen Optionen auswählen, die dort zur Verfügung stehen. Das ist also mit dem Mausklick, mit diesem Rechtsklick da einzuschalten in dem Menü, was ich euch gerade gezeigt habe. Ein weiterer Punkt ist der Links-Rechts-Swipe. Das heißt, wenn ihr hier jetzt über die Maus gleitet, dann tut auch das Menü mit Scrollen. So wie ihr quasi die Wischgeste auch so auf dem Touch habt, kann das hier genauso bei der Maus passieren. Das wird auch von vielen Apps unterstützt. Ich zum Beispiel nutze Luma-Touch, um die Videos hier zu schneiden. Und auch dort kann ich schön in der Timeline, wenn ich da unten bin, auf die Timeline draufgehe, kann ich hier schön mich durchswipen und kann dort auch einen Cut setzen, etc. Und hier unten das alles schön bedienen mit dem Mauszeiger. Das funktioniert wunderbar. Also ist durchaus ein besseres Arbeiten. Das geht dann schon langsam in Richtung Notebook-Feeling. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist, dass man mit dem Mauszeiger ganz einfach wieder auf dem Home-Screen kommt, indem man hier runter geht und dann verschwindet dieser Maus-Button automatisch auf diesem Home-Strich hier. Und dann klickt ihr einfach nur und kommt wieder zurück auf den Home-Button. Wenn ihr auf den Home-Screen. Wenn ihr am Home-Screen seid und ihr streicht einfach von oben nach unten auf der Maus, kommt ihr in die Suche. Dort könnt ihr natürlich alles auf dem iPad suchen. Ihr könnt dann auch ganz normal hier Texte eingeben, wie ihr gerade wollt. Das brechen wir mal ab. Was leider nicht funktioniert, was ich auch erwähnen wollte, Pinch-to-Zoom. Das hatte ich irgendwie ein bisschen gehofft, dass das auch funktioniert. Diese Pinch-to-Zoom-Geste, die funktioniert leider nicht. Auch mit dreimal tappen oder oder wie es halt zum Teil beim Mac ist oder so, wie ich das mir erlesen habe, funktioniert leider auch nicht. Es gibt eine Einstellungsoption für Zoom und so, aber irgendwie habe ich es noch nicht hinbekommen. Wenn ihr da Informationen für mich habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Also ich wollte eigentlich dieses Feature hier. Hatte ich so ein bisschen gehofft, dass ich das hier auch kriege. Aber nun gut, damit kann ich leben. So oft muss ich jetzt nicht irgendwas vergrößern, aber sonst funktioniert das hier natürlich super flüssig alles und also da kann man sich echt nicht beschweren. Eine Geste wäre auch noch, wenn ihr in einer App seid und ihr wollt wieder zurück zum Homescreen, müsst ihr nicht unbedingt hier diesen langen Strich da drücken, sondern ihr könnt auch einfach mit dem Mauszeiger weiter nach unten, einfach weiter ziehen und dann seht ihr schon, dann kommt ihr auch zurück zum Homescreen oder euch wird unten einfach nur die Navigationsbar da eingeblendet, wo die ganzen Apps verfügbar sind. Als nächstes würde ich euch gerne zeigen, wie ihr den Cursor quasi in einer anderen Farbe bringen könnt, weil der ist jetzt halt von Haus aus so leicht grau und der ist halt nicht überall gut zu sehen und zu erkennen und das kann man verändern, indem man auf Einstellung geht, dann auf Bedienungshilfen und dort auf Zeigersteuerung und dort habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Farbe für den dort zu ändern, in Orange, Mercedius oder in Gelb oder in Grün, Rot, Blau, also ihr habt dann immer jeweils außen so einen Farbklecks, sage ich jetzt mal, der dann das Ganze in diesen Farbton hüllt. Ich nutze es in Weiß, das würde ganz Sinn machen und die Strichgröße kann man auch noch quasi verändern, die Strichdicke des Ganzen, ihr seht, hier wird deutlich dicker oder deutlich dünner, wie ihr das gerne habt. Und wenn man dann hier zurückgeht in die Zeigersteuerung, dann hat man hier noch die Möglichkeit, das Scrolltempo einzustellen, das heißt, wenn ihr hier wieder Richtung Meer zum Hasen geht, dann wird dieses Scrolltempo hier deutlich erhöht, das können wir mal kurz ausprobieren, check, das seht ihr, da geht gleich ordentlich Tempo ab, aber mir war das hier ganz lieb so, deswegen lassen wir das so. Auch die Animation, wenn der Mauszeiger halt hier so übergeht oder wenn ich auf eine App draufgehe, so was hier, dann diese Animation, die kann man auch ausschalten, wenn einen das stört, das können wir mal machen, dann seht ihr, hier passiert jetzt nicht mehr so viel, es hält sich dann arg in Grenzen. Eine weitere Kleinigkeit, die ich euch zeigen möchte, die das iPad für mich immer mehr zu einem Laptop macht, ist im Endeffekt die Tatsache, dass man zum Beispiel jetzt hier mit der Maus schön irgendwas markieren kann, man kann mit der rechten Maustaste kopieren, man kann es dann irgendwo wieder einfügen, machen wir mal jetzt hier oben, dann sage ich einsetzen und suchen gleichzeitig, dann sucht es mir das gleichzeitig im Internet. Also die Bedienbarkeit ist mittlerweile so schön geworden, auch mit dieser Maus, dass man da wirklich das als einen Notebookersatz für mich zumindest in Frage kommt, also ich vermisse da jetzt allzu viel nicht mehr, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe ja hier unten auch noch diese Tastatur mir dazu gekauft gehabt, die ist von Bridge, wenn ihr darüber noch mehr wissen wollt, kann ich da gerne auch nochmal was zu machen. Die war jetzt auch relativ günstig, im Anführungsstrichen für Apple-Verhältnisse, die hat mich jetzt bei Ebene nur 120 Euro gekostet und nicht wie das Magic Pad da über 400 Euro oder um die 400 Euro. Aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen, was er da für Geld ausgibt, aber die Magic Maus hier, die hat es mir dann schon angetan. Gut, in dieser Bridge ist jetzt hier kein Touchpad drin, deswegen habe ich mir jetzt noch die Maus besorgt, das heißt, ich habe jetzt insgesamt hier 200 Euro für bezahlt, aber dafür habe ich jetzt hier eine vollwertige Tastatur, die auch schön aus Aluminium ist, mit einem Akku, der sehr, sehr lange hält, dann auch eine beleuchtete Tastatur, wo man hier schön noch die Helligkeit der Tastatur einstellen kann. Die Beleuchtung, hier hat man einen Home-Button und im Endeffekt ist das Tastatur-Layout so wie bei einer normalen Apple-Tastatur, also die kann ich durchaus empfehlen, aber darum soll es ja jetzt eigentlich gar nicht gehen. So, dann stellen wir das mal wieder hier so hin. Der Vorteil hier ist halt an diesem Bridge-Tastatur, dass man den Einstellwinkel wirklich bis ganz runter flach machen kann, was glaube ich bei der Apple Magic-Tastatur dann irgendwie nicht mehr geht. Was auch noch funktioniert ist, wenn ihr im Home-Screen seid und jetzt zieht die Maus einfach von oben nach unten immer weiter, dann kommt ihr automatisch in diesen Übersicht über die geöffneten Apps und dort könnt ihr dann auch ganz normal mit der Maus das immer wieder hin und her, wie ihr gerade wollt. Also ich finde das wirklich super mit der Maus, ich kann die nur empfehlen, wer ein iPad Pro hat, der kann sich die gerne besorgen, da macht man nichts falsch. So, ich hoffe das kleine Video über die Magic-Mouse 2 mit dem iPad Pro hat euch irgendwie ein bisschen weitergebracht. Wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr mir vielleicht beibringen könnt, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Ich hätte doch gern gewusst, wenn ich da noch irgendwas vergessen habe. Und allgemein könnt ihr mir gerne auch ein paar Video-Vorschläge machen, da bin ich immer offen für. So, dann sehen wir uns beim nächsten Video hoffentlich wieder und bis dahin euer TechNerd. Ciao.